Ich muss gucken, dass ich hier oben das Eis erschließe. Und dafür muss erst die Untotenbasis hier weg. Gebiet sichern! Bin unterwegs! Bin unterwegs! Kein Problem! So, ein Turm noch hier. Gehen wir es an! Erwarte euer Kommando! Gebt das Zeichen! Bin unterwegs! Gebiet sichern! Das Sternkloster bauen, dass ich da drin Belagerungseinheiten bauen kann, die mir helfen, die Türme zu zerlegen. Das macht das Ganze dann nämlich etwas angenehmer, wenn ich zwei von denen habe. Muss ich nur gucken, dass ich da die Nahrung zusammenkriege dafür. Was wünscht ihr? Gebäude wurde errichtet! Auf geht's! Also jetzt erstmal großes Haupthaus noch hinsetzen und dann... Gebäude wurde errichtet. Zu Dienst dann! Los! Wird sofort erledigt! So, ein Sternenmarker ist auch nicht gerade billig. Oh, da kommt die nächste Angriffswelle. Okay. 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 So, das sieht aber zum Glück nicht annähernd so heftig aus wie die erste. Und den Titanen werde ich also im Augenblick vergessen können. Habe ich überhaupt hier? Ja, habe ich hier auch. Und hier auch. Gut, dann habe ich die wichtigsten Upgrades. Einsatzbereit! Gebiet sichern! Gebiet sichern! Gebiet sichern! Gebiet sichern! Gebt das Zeichen. Gebiet sicher. Bleibt standhaft. Erwarte euer Kommando. Augen offen halten. Okay, das war der Angriff von dir. Gebäude wurde errichtet. Was wünscht ihr? Ich werde zur Sicherheit noch eine weiße Hand hier oben errichten. Und dann eine Farm. Wie gesagt, der große Titan, der ist noch zu teuer. Den kann ich dann holen, also der Titan ist noch zu teuer. Den kann ich holen, wenn ich das zweite Eisenfeld habe. Nur eine der Frage der Zeit, bis von unten und oben neue Angriffe kommen. Deswegen gehe ich gleich schon mal nach oben. Gebt das Zeichen. Befehl verstanden. Ich glaube, hier unten braucht man nicht ganz so arg helfen wie oben. So, und dann eine Getreidefarm. Wird sofort erledigt. Errichten. Gut. Jetzt kann ich hier zwei von denen holen. Die kostet drei, genau. Und Klerika und... Großer Angriff. Erwarte euer Kommando. Sind auf Feinde gestoßen. Gebt das Zeichen. Bin unterwegs. Jawohl. Alles klar. Okay, der Angriff da oben. Alles klar. Der sieht auch nicht stark aus. Erwarte euer Angebefehl. Auge gerade schlecht aus. Verstärkt die Verteidigung. Bereit für den Kampf. Auge offen halten. Verstärkt die Verteidigung. Erwarte Befehle. Sind auf Feinde gestoßen. Erwarte Befehle. Auge offen. Verstärkt die Verteidigung. Verstärkt die Verteidigung. Verstärkt die Verteidigung. Verstärkt die Verteidigung. Auf mein Zeichen. Jawohl. Befehl verstanden. Verstärkt die Verteidigung. Erwarte euer Kommando. Okay, hier oben haben wir keine Verluste gemacht. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Alles klar. Auge offen halten. Feindkontakt. Auf mein Zeichen. Was heißt, ihr geht mal... Alles klar. ...dahin? Gebt das Zeichen. Gebiet sichern. Und ihr folgt mal mir. Okay, sie können hier Zeug anbauen, weil wir benutzen jetzt die Atempause, um das obere Lager einzureißen. Wir haben da nicht viel Zeit zum Nachdenken drüber. Bereit für den Kampf. Marschbefehl. Marschbefehl. Gebt das Zeichen. Gebiet sichern. Gebiet sichern. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Wenn das obere Lager fällt, dann haben wir Ruhe und können uns aufs untere konzentrieren. Nein, ich traue mich gerade noch nicht. Ich habe nicht genug Eisen. Ich brauche das Eisen für Truppenersetzung. Bereit für den Kampf. Zeit zu sterben. Zeit zu sterben. Sie schlagen zu. Zurück mit euch. Okay, die Mumien sind schnell gestorben. Gut. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Augen offen halten. Marschbefehl. Feindkontakt. Verteidigt euch. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Okay, das ist zu nah. Achtung. Erwarte euer Kommando. Marschbefehl. Zurück mit euch. Sie schlagen zu. Bereit für den Kampf. Gebt das Zeichen. Unterwegs. Bleibt standhaft. Befehl verstanden. Erwarte Befehle. Das war eigentlich nicht so geplant, aber okay. Erwarte Befehle. Sie schlagen zu. Ja. Vorwärts. Zur Ära Anomnius. Jawohl. Marschbefehl. Bereit für den Kampf. Gebt das Zeichen. Bin unterwegs. Einsatzbereit. Alles klar. Okay. Bereit für den Kampf. Bereit für den Kampf. Augen offen halten. Gebiet sichern. Verstärkt die Verteidigung. Oh, die können hier reinschießen. Gott sei Dank. Jawohl. Sind auf Feinde gestoßen. Bereit für den Kampf. Augen offen halten. Befehl verstanden. Jawohl. Befehl verstanden. So, dann den Knochenturm hier weg. Befehl verstanden. Oh, die sind auf Feinde gestoßen. Bereit für den Kampf. Augen offen halten. Sind auf Feinde gestoßen. Die Kalkröche ohne gezogen. Feindkontakt. Gebt das Zeichen. Okay. Jawohl. Äh, wo bin ich? Da. Auf mein Kommando. Mir nach. Erwarte euer Kommando. Augen offen halten. Bin unterwegs. Erwarte Befehl verstanden. Marschbefehl. So, ihr beide macht die Gebäude kaputt. Das macht ihr verdammt gut zum Glück. Jawohl. Alles klar. Einsatzbereit. Bleibt standhaft. Wenn hier. Bleibt Befehl. Peter geht's mir vor. Oh, keine Ahnung. Ach du mal. Ach du mal. Es lässt sich. Du lebst.